Warum sind Sie hierher gekommen? Nach allem, was passiert ist. Was ist das Geschäft meiner Eltern? Das war es einmal. Darf ich? Gut, dann nicht. Das Haus meiner Eltern steht heute noch. Auch wenn das alles ist, was mir von ihnen geblieben ist. Suchen Sie jemanden? Kann ich Sie irgendwo hinbringen? Warum sind Sie so traurig? Das ist nicht der einzige Hutladen in der Stadt. Er ist der einzige, der meinen Namen trägt. Sehen Sie eine Leiter? Haben Sie meinen Bruder gekannt? Kein Mensch weiß, wo er ist. Beten wir, dass es auch so bleibt. Kein Mensch weiß, was er ist. Vielen Dank. Nein, sondern Sie haben sich noch eine Leiter? Anhaltesonce. Beg Melanie Potter. Wer ist der Nähe remember, bitte bl pres Pape. Ganz super. Untertitelung des ZDF, 2020